Vereinsmanager C-Lizenz, was das überhaupt ist und inwieweit die HSG davon profitiert, erfahrt ihr jetzt im Interview von mir, Emily Sander und Sebastian Stolke. Neben mir sitzt jetzt unser neuer Vereinsmanager C-Lizenz Sebastian Stolke. Hallo erstmal. Hallo Emily, danke fürs Interview. Ja, kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Was ist die Ausbildung zum Vereinsmanager C-Lizenz überhaupt und was ist das Ziel dieser Ausbildung? Ja, das ist was ganz, ganz Spannendes, habe ich dann auch festgestellt während der Ausbildung. Der Vereinsmanager C ist so ähnlich, würde ich sagen, wie Fachlizenzen im Bereich des Deutschen Olympischen Sportbundes aufgebaut, so ähnlich wie die Handballlizenz, die du ja jetzt auch zuletzt gemacht hast oder die ich auch vor ein paar Jahren schon gemacht hatte. So ähnlich aufgebaut, vielleicht wie eine Fußballlizenz, alles was so an Fachlizenzen im sportlichen Bereich so verfügbar ist beim Niedersächsischen Sportbund, das ähnelt sich sehr und die Vereinsmanager C-Lizenz geht quasi einen Schritt zurück, guckt sich das so ein bisschen vorne und außen an, wie Sport überhaupt organisiert ist, guckt sich an, wie Führungskräfte in Sportvereinen wie unserem zu handeln haben, wie sie Ehrenamtliche behandeln, wie sie dafür sorgen, dass der Verein im Grunde rund läuft. Ja, das hört sich doch sehr vielseitig an. Wie ist denn der Umfang der Ausbildung und wie ist sie strukturiert? Vielseitig in jedem Fall und mit der Vielfalt kommt halt auch ein gewisser Umfang da rein. Ähnlich wie Fachlizenzen umfasst diese Vereinsmanager C-Lizenz 120 Lerneinheiten. Lerneinheiten, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, sind 45-minütige Einheiten, die sich quasi wie Bausteine zusammenbauen zu einem großen Themenblock. Das Ganze ist dann in meinem Fall so strukturiert gewesen, dass man, beziehungsweise bei mir war es so, dass wir zu einem Kompaktseminar da waren in Hannover vor Ort beim Landessportbund, was immer sehr nett ist, weil das wirklich gute Seminarräume sind, gutes Catering da vor Ort und das ist dann so strukturiert, dass man zwei Kompaktseminare hat, drei Tage, wo dann wirklich von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr, nee, Moment, 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends wirklich viel durchgepaukt wird mit Pausen, mit Phasen, wo man aber auch selbstständig mal arbeitet, wo man sich gegenseitig austauschen kann mit den verschiedenen Vereinsvertretern, die da vor Ort sind und das sind, das ist so die grundsätzliche Zeitstruktur für viele kommen dann noch so Qualifix-Bausteine dazu, das sind dann die anderen 60 Lerneinheiten, die einen ergeben sich quasi aus diesen 60 Kompaktseminar-Lerneinheiten und dann gibt es diesen zweiten Teil der Ausbildung, das sind Qualifix-Bausteine zu bestimmten Themen, das sind dann wirklich für Arbeitnehmer auch ganz gut passend auf einem Abend, dann irgendwie mal nur drei, vier Stunden, wo man dann nach Hannover, Braunschweig und so fährt und dann mal zu bestimmten Themen sich Dinge einfach nur anhört oder da einen Workshop macht. Die sind bei mir jetzt allerdings weggefallen, weil bei mir im Hintergrund dieses ganze Prozedere mit dem Sportstudium, in meinem Fall jetzt auch schon ablief, ich viele Seminare zu Sportstrukturen noch schon im Sportstudium erledigt habe, aber mir das dementsprechend anrechnen lassen konnte und gleichzeitig ich natürlich hier aus unserem Verein auch einiges an Erfahrung in meiner Rolle als Jugendwart auch schon mitbringen konnte, die mir dann glücklicherweise für die verkürzte Ausbildung angerechnet wurden. Ja, ich finde das Thema in jedem Fall sehr spannend. Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Einblicke in den Inhalt der Ausbildung geben? Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, wie eben gerade schon ausgeführt, geht es darum, dass wir oder dass innerhalb dieser Ausbildung Führungskräfte in Vereinen angesprochen werden, erster, zweiter, dritter Vorsitzender. Ich war jetzt in meiner Rolle als Jugendwart der HSG Schaumburg-Nord dort vor Ort und da geht es dann wirklich darum, die Vorstandsarbeit, aber auch vor allem, und das war ein ganz, ganz großer Punkt, die Vereinsentwicklung in den Vordergrund zu stellen, sich überhaupt erst mal bewusst zu machen, was für eine Verantwortung man da auch mit sich rumschleppt, aber auch sich gleichzeitig schon mal, ja, Gedanken macht, was, in welche Richtung der Verein eigentlich gehen könnte und mit welchen Mitteln das auch bewerkstelligt werden kann. Eine Sache, die ich da absolut mitgenommen habe aus diesem ganzen Vereinsmanager-Lehrgang ist, was mir vorher in gewissem Maße auch schon klar war, aber was jetzt noch mal viel mehr und prominenter in den Vordergrund gestellt wurde, ist wirklich, dass die ehrenamtlichen Helfer und alle Ehrenamtlichen, die in so einem Verein tätig sind, wirklich das Kapital eines Vereins sind. Das wird da wirklich sehr gut herausgearbeitet. Und wie man mit diesem Kapital umzugehen hat und wie man mit diesem Kapital eine Vereinsentwicklung vorantreiben kann, das stand da groß im Vordergrund. Und ansonsten kann ich ja mal, ich habe hier vor mir die Inhalte liegen, kann ich ja einfach mal davon berichten, wie eben gerade schon, ja, angedeutet, Ziele finden und umsetzen, also Thema Vereinsentwicklung war ein großes Thema. Dann ging es auch in Richtung Öffentlichkeitsarbeit im Sportverein, wie ich bestimmte Medien zweckgerichtet einsetze. Dann haben wir uns so ein bisschen in dem Themenbereich der Grundlagen der Kommunikation bewegt, was gerade in Vereinen, wo viel zwischenmenschlicher Kontakt standfindet, der häufig auch lösungsorientierte Kommunikationsprozesse beansprucht. Ja, das spielt einfach eine große Rolle, denke ich, in der Gesellschaft, aber vor allem auch in Sportvereinen. Dann haben wir uns auch mal so objektivere Dinge angeguckt, zum Beispiel Gewinnung und Bildung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Da sprechen wir jetzt vor allem auch über das Spannungsfeld zwischen ehrenamtlichen Mitarbeitern, aber bei einer bestimmten Größe eines Vereins ist es ja auch einfach so, dass man eventuell auch bezahlte Mitarbeiter mit einbringt, was auch ein Spannungsfeld ergeben könnte. Viel wurde gesprochen über das Thema Freiwilligenmanagement. Da zählst du jetzt im Prinzip ja auch zu, Emily. Also das, denke ich, hilft mir auch in meiner Rolle als FSJ-Mentor ein Stück weiter, weil da viele Dinge auch einfach angesprochen wurden, die so alltäglich in einem Sportverein sind. Genau. Ja, nach den ganzen Inhalten würde mich jetzt mal interessieren, was dich überhaupt dazu bewegt hat, diese Ausbildung zu machen. Ja, erstmal bin ich ja ein Lizenzensammler. Also in meinen Semesterferien vom Studium aus versuche ich dann doch noch irgendwie auch außerhalb des Schulsports, was ich ja dann so als Hauptthema in meinem Studium auch verfolge, im Verein mich auch noch ein bisschen weiterzubilden. Habe dann ja auch meine C- und B-Lizenz im Handball gemacht. Hatte vorher während des FSJs auch schon eine C-Lizenz im Breitensport gemacht. und muss sagen, dass ich auch einfach Lust hatte dadurch, dass ich jetzt vermehrt auch mit diesem FSJ-Mentoring und auch mit dieser ganzen Arbeit, die als Jugendwart wirklich in den letzten anderthalb Jahren wirklich auch mehr wurde, viel wurde, intensiver wurde. Und man kam dann auch so nach einem Jahr auch erstmal so richtig rein in diese Freiwilligendienstarbeit oder Ehrenamtsarbeit in dem Fall. Und da habe ich dann schon den Anspruch, da kontinuierlich auch besser zu werden. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, mal so ein bisschen Input mir zu holen. Und da bot sich die F1 Manager C-Lizenz, glaube ich, ganz gut an. Ja, fallen für dich denn ab sofort noch mehr Aufgaben an? Wenn ja, welche genau? Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt genau mehr Aufgaben, aber wofür die Lizenz auf jeden Fall, beziehungsweise diese Ausbildung auf jeden Fall viel gebracht hat, ist, dass ich, glaube ich, ein größeres, umfangreicheres Verständnis dafür habe, wie so die Strukturen im Verein aufgebaut sind, in welche Richtung so Vereine überhaupt gehen können. Ein bisschen sensibilisiert wurde, dass man vielleicht auch dem Ehrenamt noch ein bisschen mehr Dankbarkeit auch zuschiebt. Selber kennt man das ja nun auch. Ich bin ja nun auch seit, ja mittlerweile fast schon gruselig, aber zehn Jahren als Übungsleiter tätig. Und man hört ja doch wirklich auch, ohne das jetzt nur auf unseren Verein zu beziehen, ich war auch in verschiedenen Vereinen tätig, weil ich sehr selten das Wort danke für den Aufwand, den man wirklich auch reinsteckt. Und da in der Vereinsführung ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass das Ehrenamt quasi unser Kapital ist, dass das gewürdigt werden muss an jeder möglichen Stelle, das sehe ich jetzt zumindest so als mal eine zusätzliche Aufgabe. Und dann geht es eher darum, dass ich versuche, ja meine Aufgaben, die ich sowieso schon innerhalb dieses Vereins habe, die auch recht umfangreich sind, und auch recht vielseitig, muss ich ja sagen, dass ich die versuche, mit diesem Hintergrund jetzt in gesteigerter Qualität umzusetzen. Ja, zum Schluss noch natürlich eine spannende Frage, die jetzt auch mal direkt auf die HSG bezogen wird. Wie wird sich denn die Ausbildung in Zukunft auf die HSG auswirken? Kann man da schon was sagen? Was ganz konkret aber in die HSG fließen wird, sind so Dinge, die sich in Gesprächen untereinander ergeben haben, gerade, da sind ja viele Sportvorstände auch anwesend gewesen. Wir waren, glaube ich, eine Gruppe von 25 bis 30 Leuten. Also aus den unterschiedlichsten Vereinen waren da Leute da. Und da kann man doch tatsächlich auch vieles in den Gesprächen, an Tipps für einen Verein, soll es jetzt um steuerrechtliche Dinge gehen, geht es um Abrechnungsgeschichten, geht es aber auch um ganz praktikable Sachen, wie sowas wie, wie kriege ich mehr ehrenamtlich in den Verein oder für besondere Aufgaben und Projekte, wie akquiriere ich da Leute. Das sind so, man hat sich einfach gut austauschen können, ob das jetzt beim Essen war oder mal in der Kaffeepause. Man hat da viel Input bekommen. Und ich glaube, dass gerade von diesen ganz konkreten Dingen ganz viele Dinge auch bei uns in den Vereinen direkt reinfließen können und auch direkt reinfließen werden. Ja, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema, finde ich zumindest. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, Sebastian. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.